Ihr fragt und wir antworten auf drei Fragen rund um das Thema Geld. So viel ist schon versprochen. Es ist einiges dabei. Viel Spaß beim Zuhören. Zunächst ein Dankeschön an dich für das Schauen unserer Videos. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns über dein Abonnement unseres Kanals sehr freuen. Wir haben, wie eingangs gesagt, mal wieder Fragen eingesammelt und wollen auf diese antworten. Manche Antworten kann man nicht mal eben komprimiert in einen YouTube-Kommentar packen oder zwischen Tür und Angel besprechen. In so einem Video aber haben sie Platz. Wenn du auch eine Frage hast, zu der du unsere Sichtweise hören möchtest, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video oder eine Nachricht, zum Beispiel über WhatsApp oder unter info-adoptionswelten.com. Und hier die erste Frage. Manuel fragte uns, wo wir in den letzten zwölf Monaten Geld an den Märkten verdienen und worauf wir in den nächsten zwölf Monaten achten. Gute Frage. Wenn du unserem Kanal bereits länger folgst, weißt du, dass wir zum einen ganz klassisch in ETFs und Aktien über Einmaltransaktionen und Sparpläne investieren. Was passierte denn in den letzten zwölf Monaten am Markt? Mai 23 bis August 23 ging es steil hoch. Optimismus. August bis Oktober 23 ging es runter. Pessimismus. Oktober 23 bis März 24 Rally. Extremer Optimismus. Das meiste Geld haben wir bei den Marktbewegungen mit unseren bestehenden Investments gemacht. Mit den Investments haben wir eben keine schnellen Turnarounds verpasst. Große Positionen haben wir in S&P 500 Index ETFs, aber ebenso halten wir Nasdaq 100, Nikkei 225 Index ETFs sowie Einzelaktien. Und tatsächlich haben wir in den letzten Wochen auch Positionen vermehrt geprüft und Aktien von Unternehmen rausgeworfen, in die wir nicht mehr investieren sein wollten. Das betraf zum Beispiel Aktien von Erdöl produzierenden Unternehmen. Und dann haben wir eben mit unseren Stillhaltergeschäften, also verkauften Optionen, zusätzliche Rendite erzielt. Bei den Geschäften helfen große Marktbewegungen, also waren zum Beispiel in 2023 die Monate März und April sowie Oktober bis Dezember sehr renditeträchtig. Mit den Optionsgeschäften haben wir in unseren Depots im Schnitt in den letzten zwölf Monaten etwa 15% Rendite zusätzlich zu den Aktien- und ETF-Positionen erwirtschaftet, sodass unsere Gesamtrendite den S&P 500 Index schlagen konnte. Aber zur nächsten Frage. Wir wurden gefragt, wie wir die Magnificent Seven sehen und wo wir Alternativen ausmachen. Seit Anfang 2023 waren diese sieben Unternehmen für etwa die Hälfte der S&P 500 Index Rallye verantwortlich. Wenn man direkt oder über ETFs, die diese Aktien übergewichten, von der Kursentwicklung profitieren konnte, hatte das Depot definitiv Rückenwind. Die Unternehmen treiben nicht nur den Artificial Intelligence Trend voran, sondern profitieren auch von diesem. Gleichzeitig haben die Unternehmen ihre Kosten gesenkt. Schlankere Kostenstrukturen und wachsende Nachfrage lassen die Unternehmen also sehr gut dastehen. Zu Alternativen. Wir beobachten gerade neugierig, ob Tesla vielleicht doch nur ein Autohersteller ist und kein Tech-Unternehmen. Dann wäre die Bewertung zu hoch. Eine Alternative zu Tesla in den Magnificent Seven könnte dann Broadcom sein. Keine Empfehlung, nur eine Meinung. Außerhalb der USA haben wir einen Blick auf den japanischen Markt geworfen. Der Markt verändert sich sehr interessant, wie wir einmal in einem anderen Video darstellten. Wir haben hier einen ETF-Sparplan mit dem Nikkei 225 als Basiswert aufgesetzt. Auch in den indischen Markt haben wir investiert, weil wir dort zunehmend interessante Wachstumsaktien wahrnehmen. Bei unserem Blick nach Europa sichten wir nach dem Äquivalent zu den Magnificent Seven die Granolas, also die Aktien, die auch in der Corona-Krise vergleichsweise gut abschnitten. Die Granolas sind ein Akronym, bestehend aus den Anfangsbuchstaben von Gleckosmiths, Klein, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordics, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi. Ähnlich dem Magnificent Seven haben die Unternehmen in den letzten Jahren den breiten Markt outperformt und wir sind hier in einigen Einzelaktien investiert. Weiter geht's. Eine Frage, die für alle Schokoladen-Fans sicherlich spannend ist, schrieb Sandra. Schokolade wurde im Supermarkt zuletzt in den letzten Monaten teurer. Meine Neste der Aktien fielen. Ist das nur die Inflation oder was passiert da? Tatsächlich steckt mehr dahinter. Die Kakaopreise sind in den letzten Monaten explodiert. Die Gründe nach JP Morgan, eine Dürre in Westafrika, wo 80 Prozent der Kakaobohnen herkommen, führte laut der International Kakao Organization zu einem Angebotsrückgang von 11 Prozent in der 23-24-Saison. Der Klimawandel lässt grüßen. Gleichzeitig wird Kakao immer noch auf kleinen Farmen angebaut. Die Farmer können gerade so von den Einkünften leben und haben kaum Geld, um in den Farmen zu reinvestieren. Zu wenig Geld aus dem Schokoladenverkauf landet bei den Bauern. Ein altbekanntes Thema, was ja auch zu zahlreichen Gütesiegeln auf Schokoladen führt. Daher können die Farmer die Plantagen nicht so pflegen, wie dies ein ökologisch, aber auch kommerziell nachhaltiger Kakaoanbau benötigen würde. Diese Schieflage sahen Investoren, sprangen auf den Zug auf und treiben zuletzt den Kakaopreis in die Höhe. 60 Prozent der Kakaofutures, also der Derivate, mit denen Profis an den Märkten Rohstoffe wie Kakao handeln, liegen momentan in der Hand von Spekulanten. Diese hohen Preise machen Unternehmen, die Kakao verarbeiten, zu schaffen. Sie geben einen Teil der hohen Preise an uns Konsumenten weiter. Und das ist, was wir nun im Supermarkt sehen. Höhere Preise haben wir, wie auch Sandra selbst schon gesehen. Von Schrinkflation, also weniger Kakaoanteil in unseren Lieblingsprodukten und kleinere Verpackungseinheiten zum gleichen Preis, haben wir gelesen. Die Kakaopreise werden sich wieder normalisieren. Die für uns Verbraucher verschlechterten Produkte werden vermutlich bleiben. Die hohen Kakaopreise führen also zu hohen Kosten bei den Schokoladenprodukteherstellern, die zwar versuchen, so viele Kosten an die Verbraucher, also an uns, weiterzugeben, aber viele Verbraucher kaufen dann einfach weniger Schokolade. Und dieser verminderte Absatz macht sich bei den Unternehmen bemerkbar. Das sieht man nun auch bei den Aktien der Unternehmen. Während der breite Markt zuletzt stieg, steht die Aktie von Lindt zum Beispiel momentan etwa 18 Prozent unter dem Allzeithoch aus Januar 2022. Auch die Nestle-Aktie steht momentan nicht glänzend, wobei bei dem Unternehmen wohl andere Problemchen neben den Kakaopreisen hinzukommen. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zu den vorherigen Fragen. Ein Ungleichgewicht am Markt führt zu Chancen und Risiken, wobei wir selbst keine Agrarrohstoffe handeln. A. Wir wollen nicht zur Misere beitragen. Und B. Der Markt ist für uns private Investoren zu undurchsichtig und teilweise wenig liquide. So viel zu diesen drei Fragen. Wie anfangs, wenn du deine Frage in einem der nächsten Videos beantwortet haben willst, melde dich gerne bei uns. Bis dahin alles Gute, dein Optionsweltenteam.